Viele Leute, die in dieses Restaurant heute gehen, werden ein paar Auweia-mäßige Probleme bekommen. Einwilligung des Besitzers, aber wir haben ihn überzeugt. Schließlich sind wir ja vom Fernsehen. Wir drehen heute auch einen kleinen Werbespot für das Lokal. Aber jetzt kann es eigentlich losgehen. Moment, ich muss fertig schreiben. Was schreibst du denn da? Vorhang frei für den Fliegen. Moment. Denn ... Teppich. Teppich, du weißt ja. Teppich, ja. Also? Okay. Komm, schnell. Geht's aber. Du musst jetzt erklären, okay? Wir haben Windfang vorbereitet. Du weißt, was ist das? Ich hab Trauer. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Bist du gleich fertig? Ja. Warte, ich helf dir gleich. Sieht aus wie ein normaler Teppich, oder? Ja. Das war heute aber eine klebige Angelegenheit. Oh, ja. Für euch geht es weiter mit Juri und deinem Wunschreich. Warte mal, ich helf dir. Und los. Kamera, unsere Tarnung ist fertig. Dann kannst du eigentlich losgehen. Wie sieht es aus? Hat er bereit? Schau mal, der ist süß. Sagt mal, wollten wir nicht gerade losfahren? Ja, gleich. So, der sieht doch aus, als würde der gerade pinkeln. Der sieht nicht nur so aus, Juri. So wirklich? Na und? Sagt mal, habt ihr euch gerade Appetit, ihr beiden? Ja. Wie wäre es denn mit einem Donut? Lecker. Ja, ja, Juri, hier. Ja, okay, war ein Versuch. Los, rein, jetzt erfahren. Ja. Ah! Oop. Achoh. 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 UNTERTITELUNG Unser erster Streich hat was mit Keramik zu tun. Und anderen komischen Figuren mit langer Leitung. Und zwar einer Wasserleitung. Untertitelung. BR 2018 Musik Hat das drüber geklappt, oder? Aber komm, wir gehen. Wir müssen. Und zwar aufs Klo. Okay, komm. Musik Die führen? Ja, bei deinem nächsten Wunsch-Streich. Macht irre Spaß. Deswegen empfehlen wir euch, euch auch mal einen Streich zu wünschen. Und da könnt ihr bestimmen, was im Fernsehen läuft. Ihr könnt auch mitspielen. Die Adresse lautet... Der Kinderkanal, Stichwort Auerbachia in 99081 Erfurt. Die Adresse zeigen wir später noch mal zum Mitschreiben. Aber nach der Auerbachia-Frage. Und die lautet... Welche Krankheit kann man in keinem Land der Welt bekommen? Welche Krankheit kann man in keinem Land der Welt bekommen? Ich glaube, ich habe die Seekrankheit, oder? Ja, absolut richtig. Und Stopp. Ja, das war es doch schon wieder für heute. Dann bis zum nächsten Mal bei... Auerbachia! 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 Vielen Dank.